hier hat man kann ob die feind drauf also es rückt wie sau und es ist ja es regnet darf nicht schlafen ist richtig ok nun ab und werden als gewitter schlafen was es ist doch ein gewitter das hat man verplottet wird trotzdem gestellt okay der tun ist da ich wollte ein paar fackeln wie sind die fackeln ausgebildet das kann man ja auch machen so was machst du eigentlich nicht so richtig spaß hier ist man hier einfach alles kann das sind wir lecker brot machen aber auch die schaffe ja kann werden das mache ich jetzt nicht das ist zu hohen dauerung ist so ist so mein lager und haben wir schon jetzt der stk am start ist noch mehr zu essen haben dass man scharfe kalt gemacht lecker handelsfleisch zu schlafen wenn er ja schon die schlafplätze hier so ja ich bin übrigens auf der welt von den den camp der macht ja auch seine streams hier meine kraft obwohl er das ja eigentlich schon machen wollte aber jeder hat das recht seine seine ziele seine idee was auch immer zu ändern das ist nicht so genau was ich jetzt machen will ich habe gar kein eisen ich habe kein eisen okay schwierig überhaupt kein eisen zu haben ist doof wir machen uns hier noch eine hier zum workbench unterwegs so wenn man da wie ich auch was zu kräften kann also auf und diese hier gleichzeitig können wir hier das brauchen wenn ich bin beide haben wenn nicht genug und das jetzt mal bescheines konflikten dann gucken wir mal was uns hier so erwartet überhaupt hier na also reste da los hat er hier mal weg das ist nicht gut aus schaut einfach nicht gut aus der ist auch kaputt ja weil er nur ein bisschen angehackt hat geht nicht ganz weg ansonsten lösen sich die wollen wir spontan direkt auf wenn wir sie fällt schatz sich auch noch mal schon auch wieder neu hin oder ein fettes feld das ist ja drüben karotten das ist ein gebäude so krass riesig die sauben bauke erbauten hier eigentlich die tue kommen so viel auch den hier mal fahren hätten werden wir sind was das scheiben das war gestern aber auch schon so aus Ja, ich habe nicht viel gemacht. Die Küche wird ein bisschen so rum. Es ist nur ein Lob, okay. Und dann zie ich auch gut aus. Ähm, ja, wo geht es schon, oder? Also, ja. Ja, wirklich und zack. Das sind immer schon ekelhafte Meterpelze, glaube ich. Krass. Ich muss sie mir mal gucken. Was ich mir Lust auf Minecraft habe, habe ich jetzt gerade nicht, hätte ich gesagt. Aber gut, ich will das jetzt trotzdem mal gucken. Wow, ist das hoch. Na, der Rotterfeld ist mit, glaube ich, einem Arsch, oder? Was soll das da denn? Krass. Mal wieder runter. Oh, schön ausbilden, ne? So. So. Auch die Geräusche. Smartphone. Was haben wir schon jetzt? Ups. Da wurde ganz schön gebaut hier. gebast. Der schneiden. Die. In der Nacht. Ich hab dich in den Himmel nach Hause, du bist. Du musst das hier. Ich hab dich da drauf. Oh, ich hab dich da drauf. Oh, ich komme nicht durch. Ah, da muss man. Ja, schon da. Ich habe mir die Klotze hingesetzt. Na ja, gut leuchtet hier, ne? Ach ja, dann... Ich hätte so ein Ding gehabt. Wie war so meine Hütte aus hier? Guck, wie ist das für die Schafe? Okay, okay, lass auf meine Kraft, tut mir leid. Ich muss dazu nicht durchkriegen und das ist sowieso keiner da. Von daher kann ich auch hier die Aufnahmen wieder stoppen und euch was wünschen. Was bis dann? So.